so da sind wir und weiter geht es mit seven days to die wir sind das letzte mal hier ok es hat das letzte mal etwas länger gedauert die quest wir sind ein bisschen in die nacht hinein schön aus ja und ja jetzt entweder gehen wir jetzt also der händler hat eh zu ist der denn überhaupt hier auf der map ok da ist unsere base ne ah genau wir waren ja hier stimmt wir müssen eigentlich nur die straße da rüber da wären wir bei unserer base warte genau da war noch der loot ne wollte ich auch mal in diese ecke mal gehen ja wie da die stadt so aussieht so gibt es sonst noch was zu looten hier wir sind noch nicht ganz voll ok die haben wir schon gemacht hier die wasser ok tja soll man jetzt nach hause ne wir gehen jetzt nach hause glaube ich ja vielleicht könnte man auch hier die ganze anlage hier auseinander nehmen aber auch cool gemacht ne bis nach oben zum dach so das wollte ich nicht so hier tust du dir jetzt aua ne ne tust du dir kein aua ok könnte das alles noch auseinander nehmen hier ich holz ab die sind jetzt schnell da muss man jetzt vorsichtig sein ne das nehme ich noch mit was gibt das hier papier ok das machen wir hier mit ne lustiges ah die fässer haben auch noch sachen ok du auch ist auch natürlich benzin ne räumen wir mal das ganze gebiet mal auf hier in den containern guck mal mechanische teile ne ha zwei stück einfach so mittendrin so ist da wieder einer oh genau ihr seid ja jetzt schnell in der nacht ne und die augen die leuchten und der ist auch schnell die sind auch stärker ne geht's weg scheiße die sind auch stärker oh hunde höre ich auch was hält der denn so viel aus schau ab wo ist mein zuhause hier irgendwo ne warte ja so wir müssen da rüber da leuchten sogar die augen in der nacht ne ok da stehen aber einige da ist unsere base ok wir sind schon mal richtig baustelle hier oh ein soldat sogar nein du hast mich nicht gesehen alter wie vertragen die mehr nachts ne oh nein äh jetzt kommt noch einer so jetzt beruhigen wir uns alle mal ich möchte einfach nur da ins gebäude da rein so jetzt gehen wir einfach mal hoch hab zu jammern so null ausdauer null so da sind wir jetzt ne zack 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 also ich muss so viel sortieren ja ich leg das jetzt einfach mal hier rüber Pflastersteine ne lassen wir die mal da drinnen wir könnten ja jetzt die nacht nutzen bisschen ja die schäden zu reparieren ne was die uns angetan haben warte mal hier aber wir sind hier nicht durchgekommen können wir die reparieren oder müssen die neu bauen ne das ist nichts zu reparieren ok den könnte man auch reparieren so das wäre dann der nächste schritt genau wir könnten die auch stahl machen ne wenn wir so viel stahl haben ich kann nicht reparieren aber ok so was muss man dann immer nach jeder horde nacht machen so die waren jetzt alle durch der noch nicht kostet ja nur fünf holz ok das mal denn ist das weg den wollte ich operieren kommt so dran ich kann auch noch bisschen retten die haben einiges hier kaputt gemacht ne genau gehen wir mal das machen wir jetzt alles nicht den dahinter den hier vorne so da sind sich einigermaßen alle wieder fit ne bereit für die nächste horde nacht ok den hinten ach da hat er den gehabt ok da muss ich eh nochmal paar neue bauen alles klar so wir gehen jetzt mal hoch schon cooles ding was kann man hier direkt drüber danke so ich wollte mal sehen äh eine fackel äh eine fackel boah ne wo ist unsere unsere fackel da ist die doch ne aber auch tierfett hab ich gesehen und Stoff braucht es auch ne auch mal eine fackel mach mal ein paar so ich wollte mal sehen ob wir jetzt mal hier die werkbank machen können werkbank so war der top ne also geschmiedetes eisen brauchen wir dafür 25 so gehen wir mal in der dings geschmiedetes eisen machen wir aus eisen und lehm eisen und lehm 10 haben wir schon ne jetzt brauchen wir eisen und ein bisschen lehm dann kannst du schon mal ein paar stück machen äh äh tun wir mal das da rein ein bisschen lehm zack 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 kannst du erstmal so viel und einschalten also jetzt geht das hoch siehste eisen da sind eisenschmelzen und lehm dabei ne ich hab voll wenig eisen schmiedetes stahl tei kann man noch was schmelzen zu halten schmiede eingeschmolzen werden ne was ist messing mhm das gibt's das ist blei ne da ich sag so türen möbel klappt alles aha zu fertigen bleistücke messing 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 blei jetzt mach mal so nen test äh nehmen das wir mit brennst du das auch ja oh Hunger ne vernachlässige ich immer benutzen das macht auch eisen 20 eisen können wir machen drei stück kann man nur machen was aha leben brauchst du ja jetzt nicht mehr ne schalten so du brauchst Leben die ganze Zeit auch alter was ist das denn dafür dafür können wir messing ne mhm aber eisen eisen ohne Ende so wir haben Tag ne wir haben Tag das bedeutet da war du geschmiertes eisen alter der macht bleib der macht hier kannst du doch brennen das mache hier alles da der macht messing siehst du da geh mal messing raus egal lass das auch einschmelzen dann können wir schon mal eisen 541 genau zack ähm einmal schnell ausladen bitte kippsfuß alter echt ah die quest war das okay das und das und das und das und das wird einigermaßen geleert ne einigermaßen so 10 10 wie viel haben wir für den gebraucht 25 ne geil 20 wir haben schon 10 also brauchen wir noch 15 wochen oder ne so haben wir haben wir unser geschmiedetes eisen wahnsinn unser erstes selbstproduziertes selbstgemachtes geschmiedetes eisen es ist soweit wir gehen jetzt in produktion so messing haben wir jetzt immer drin in der dings drin okay so hier haben wir jetzt noch den rest gehabt was war das jetzt nochmal mechanische teile 20 stück da machen wir mal jetzt die ecke was wir jetzt für das ding brauchen schraubschlüssel haben wir hier auch im zweiten nicht da sondern da so clown hammer ne können wir den machen dafür braucht man nochmal leder klebeband und nochmal geschmiedetes eisen was nein wir müssen erstmal den clown hammer machen ach ne nein also leder klebeband leder haben wir hier macht das so klebeband aber hier und klebeband hatten wir da gehabt da auch noch ein paar so clown hammer holz und geschmiedetes eisen da brenn ruhig weiter jetzt können wir den clown hammer machen ne ha fertigen das dauert zwei minuten schn dann haben wir alles für die werkbank schnack scheinliche teile die haben wir doch hier irgendwo gehabt ne elektrische teile sind die 52 aber mittlerweile sehr gut schraubschlüssel haben wir zwei ja clown hammer ist in produktion geschmiedetes eisen ebenso ne so mal hier fertigen so das bedeutet kommt der sache immer näher also fehlt nur noch geschmiedetes eisen der braucht nur eine minute tja was für ein aufwand ne hier so ein ding zu machen so eine werkbank da haben wir schon mal elf auf dem tacho und der braucht 25 ah der braucht 25 alter ist das krass tacho okay Das Eisen geht alle, ne? Ich sehe das schon hier. Eisen 19, okay. 171 haben wir noch. Komm, weiter, weiter, weiter. 19, wir brauchen 25, ne? Komm. Noch 5 Stück. Noch 4. 3. Ich mach das jetzt erstmal so, ey. So. Was? Das Feuer ist ausgegangen, einer fehlt noch. Äh. Hat's ja ging das denn noch mal? Mach jetzt alles rein da. Nicht da rein, da rein. So, und der 25. Und jetzt kannst du von mir aus erstmal ausschalten. Wolltest du nämlich erstmal Minz. Kriegst Kohle rein hier, ne? Das brennt dann besser. So, können wir das jetzt endlich bauen hier. Die Werkbank. Dafür haben wir jetzt geschmiedetes Eisen 25, mechanische Teile, Schraubschüssel, Klauen, Hammer und Holz. Und fertige die bitte. 3 Minuten 33, ne? Äh. 3 Minuten 33. So, dann nimmte ich das mal wieder zurück hier. Wahrscheinlich, die Teile brauchen wir jetzt nicht. Klebeband auch nicht. Da haben wir das Leder. Das andere nehmen wir jetzt alles mit. 3 Minuten warte ich jetzt nicht. Wir gehen jetzt sowieso die Quest machen. 7 Uhr morgens haben wir. Und ich hatte diesmal der Händler auch auf. Bäm. Das war mal ein Sprung. Cool. So, genug davor gesessen. Jetzt sagen wir, wo ist mein Fahrrad? So, fahren wir mal hin. Äh. Die Richtung. Sehr cool, ey. Die neuen Bäume sind auch schon wieder da. So. Aber die brauchen noch ein bisschen zu wachsen. Wollen wir mal hier machen. Diesmal. So rum. Zum Händler. Hier ist es bei Luigi, ne? Luigi. In drei Minuten fahr ich da bis zum Händler, ne? Die sind jetzt immer noch dran. Die Werkbank. Bis dahin haben wir das hier schon alles erledigt. So, acht Uhr morgens. Fast. Okay. Einfach so mal rein jetzt. Geben die Quest ab. Ja, man. Also, Vorschlagkammer. Hast du nicht was Cooleres irgendwie? So ein Car oder sowas? Echt? Ähm. Komm, ich nimm mal die Rohrbomben, ne? Eisenbahn. Beinschienen. Die sind aber besser. Aber schwere Rüstung, Alter, ne? Können wir uns kaum bewegen. Ja, mehr Schaden. Äh. Mehr Schutz. Komm, nennen wir die jetzt. Rohrbomben haben wir. Aha, aus dem Casino. Pflasterstein. Variable Formhelfer. Bonus. Rüstpaket. Guck mal, so ein AK. Ein Paket mit besagter Waffe unter dem zugehörigen Munition. Alter, was? Eine AK, habe ich eben noch gesagt. Das ist nicht so ein AK. Stoffrüstungspaket. Ein Paket mit besagter Rüstung in erhöhter Qualität. Das ist so eine Stoffrüstung. Also ist die leichter dann, ne? Keine Informationen hier. Fährkampfmotspaket. Ein Paket mit zufällig Fährkampfmots. Ah. Ich will alles haben. Wieso gibst du mir nicht alles? Wieso muss ich mir eins aussuchen? Pasterstein, ne? Ein Paket mit der besagten Waffe und der dazugehörigen Munition. Das nehme ich in der AK. Abschließen. So. Habe ich jetzt in der AK? Gehen wir mal kurz hier mal gucken. Belohnung abgeschlossen. Da ist das Paket. Werkbank ist auch fertig. Öffnen. Alter, Stufe 6 AK Maschinengewehr. Ha. 100 Schuss. Von den 762ern, ne? Einfach nur köstlich. AK. Sehr geil. Echte. Gucken wir die erstmal hier direkt. Ha. Ich liebe dieses Spiel. Echt. Das ist so cool. So. Pass mal auf. Zack. Das ist unsere AK, ne? Stufe 6. Alter. Voll ausge... Ha. Wir haben eine AK. Ha. Ich feiere das volle. Cool, Joel. Ähm. Darf ich dein Inventar sehen? Hast du Aufgaben für mich? Was? Was? Hast du irgendwelche besondere Aufträge? Was denn besondere Aufträge? Lass mal Inventar gucken. 3.000, ne? Was soll man uns denn holen? Wir haben doch alles, ne? Hm. Geschmiedetes Eisen. 36 kostet 1, ne? 49 kostet... 1.700, ne? Brauchen wir die Kohle eh nicht. Echt. Klebebaren Kerzen... Munition. Eine war das, ne? Eine Munition kostet... 96 Schusskosten 3.100. Das wollen wir nicht. Wir halten müssen das Geld... und, äh... Genau. Was hast du noch mit dem... Was hat er mit den Missionen? Ganz hier besondere Aufträge. Achso. Da können wir eine neue Handelsroute öffnen, ne? Stufe 3. Alter. Und dann können wir bei denen auch Stufe 3 Missionen machen. So sieht das aus, ne? 2,7 Kilometer. Ende Norden, Alter. Ich ziehe den Leuten den Trainer Joy, dass unser Dukes glänzt. Und dann geben sie dir eine Belohnung und mehr Arbeit, ne? 2,7 Kilometer. Äh, erstmal ablehnen. Und wir gucken mal, was du sonst hier für Aufgaben hast. Tja, was machen wir jetzt? Machen wir hier so eine Pipi-Mission oder gehen wir jetzt Stufe... Wir müssen Stufe 3 machen, ne? Auf jeden Fall. Darum geht's. Egal. Dann machen wir eine riesen Fahrradtour demnächst mal. Ich nehm das. Ich nehm das. Warte. Ich will in die andere Stadt. Also das ist bestimmt die Stadt, die wir kennen. Oder der zweite Händler vielleicht, ne? Das kann gut sein. Irgendwelche besondere Aufträge. Alles Gute eröffnen. Komm, wir nehmen das mal an. Hm. Okay. Wir haben eine AK. Haha. Wir haben eine AK. 100 Schuss haben wir schon. Abgeladen. Ah. Ist das geil. Gut, die Belohnung, ne? So, wir haben genug Zeit, ne? Wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt, ne? Wir machen das jetzt und öffnen da mal so eine... ...ne Geschichte da. So eine Handelsroute. Warte, wo ist das? Oh, Alter, da oben. Komm, wir machen das. Machen wir hier so links rüber und dann sind wir schon da. Sind schon mal zu Fuß her eingelaufen. Komm, stell dich mal nicht so an. Ähm. Aber wir machen ja eine Pause, ne? Genau. Diese wunderschöne Aussicht. Machen wir eine Pause und es geht direkt weiter. Danke und bis gleich. Tschö. Tschö. Tschö.